Jetzt geht's hier wieder los, jetzt mal eine neue Runde, jetzt, jeder weiß sein, frei sein, jetzt geht's hier wieder los, einsteigen, jetzt, ich steige ein. Okay, Tane, geht zum Angriff über. Das reißt dich in Stücke, weil du eigentlich sagen willst, jetzt hör mal auf mit dieser Scheiße und mach die Kackmusik aus. Dann hab ich gemerkt, dass ein paar drauf reagieren und dann hab ich gedacht, okay, dann jetzt voll rein damit. Deswegen hab ich sofort angefangen, alle zu nerven, hardcore. Das kann einfach nicht gesund sein.